Radio Essen, der Tag in 5 Minuten. Am 4. Dezember mit Stefan Weisemann. Guten Abend, schön, dass ihr zuhört. Wenn es in der Weihnachtszeit im Kamin rumpelt, dann kann das der Weihnachtsmann sein. Meistens ist es mittlerweile aber ein Päckchen, das der Postbote da reingeworfen hat, weil keiner die Tür aufgemacht hat. Bei uns in Essen werden dieses Jahr in der Zeit vor Weihnachten so viele Pakete verschickt wie noch nie. Es wird ja sowieso immer mehr im Internet bestellt, aber dieses Jahr kommt noch mal ein ordentlicher Pakete bergobendrauf wegen Corona. Zum einen, weil einige ihre Weihnachtsgeschenke lieber nicht im Laden kaufen wollen und auch, weil einige ihre Freunde oder Familie dieses Jahr nicht besuchen können und die Geschenke deswegen verschicken. Heißt insgesamt fast 110.000 Pakete in Essen und das jeden Tag. Ganz vorne liegt da die DHL, die sortiert ihre Pakete in Berge-Borbeck, Steele und dem Nordviertel. Bei DPD geht es von Karnab aus los. Die beiden und auch Hermes haben extra mehr Mitarbeiter eingestellt, um die vielen Päckchen bei uns in Essen zu tragen. Das ist wirklich ein Riesen-Kraftaufwand, der da betrieben wird. Fette Baustelle ab heute Abend wieder auf der A40. Im September ist auf der Autobahn in Mühlheim ja ein Tanklaster abgebrannt, leider direkt unter mehreren Bahnbrücken. Der Brückenbeton wurde dadurch quasi geröstet und bröckelt jetzt so ein bisschen vor sich hin. Eine Brücke wurde deswegen schon abgerissen, jetzt sind noch mal zwei weitere dran. Rund 200 Lkw-Ladungen Schutt müssen da abtransportiert werden in den nächsten Tagen, sagt die Bahn. Aber es gibt auch eine gute Nachricht, denn es wird auch eine erste Ersatzbrücke eingesetzt. Die sorgt dann dafür, dass Ende des Jahres die Züge zwischen Essen und Duisburg endlich wieder in beide Richtungen fahren können. Vorher gibt es allerdings noch eine Vollsperrung. Von heute Abend an bis über nächste Woche Montag ist die A40 in Mühlheim komplett dicht. Danach heißt es dann Bahn frei, erst auf der Autobahn unter der Bahnbrücke und dann bald auch endlich wieder auf der Bahnbrücke. Sind wir Essener besonders wehleidig oder arbeiten wir einfach härter? Ist schwer zu sagen, aber Fakt ist, wir sind überdurchschnittlich oft krank. Im Schnitt fehlt jeder von uns 19,5 Tage im Jahr auf der Arbeit, sagt die Krankenkasse BKK. Der deutschlandweite Schnitt liegt bei 18,5 Tagen. Was da in komplizierten Codes auf den Krankenschein steht, ist schon lange immer dasselbe. Ganz vorne liegt alles aus dem Bereich Nacken, Rücken und Knieschmerzen. Dahinter kommen dann die seelischen Probleme und dann Erkältung. Corona taucht in der Statistik auch auf, aber irgendwo ganz weit hinten. Für alle, die jetzt gerade was für diese Krankenstatistik tun, gute Besserung. Aufregung heute in Altenessen. Da haben sich heute Nachmittag an der Höfelstraße plötzlich ganz viele Männer getroffen. Alle Mitglieder eines kriminellen Familienclans. Rund 50 Menschen waren da. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot angerückt. Sie hat bei allen die Ausweise kontrolliert und sie teilweise auch gefilzt. Dann gab es einen Platzverweis. So konnte das Clantreffen nach vielen Stunden aufgelöst werden. Warum die sich in Altenessen getroffen haben, ist weiter unklar. Das hätte mal ein etwas anderes Weihnachtsgeschenk werden können. 150 Meter lang, 40 Meter hoch, 3.500 Tonnen schwer. Ein Braunkohlebagger. Hat ja nicht jeder im Garten stehen, hätten die Nachbarn bestimmt gestaunt. Diesen Monsterbagger hat RWE aus dem Südviertel über ein Auktionshaus angeboten. Der wird im Tagebau nämlich nicht mehr gebraucht. Es gab auch einige Bieter, ja, aber fast alle wollten den Bagger einfach nur verschrotten. RWE wollte ihn aber lieber an eine Firma verkaufen, die ihn noch weiter nutzt, also z.B. in Südamerika im Braunkohletagebau. Da hat sich aber keiner gefunden. Deswegen sagt RWE jetzt, wir behalten den Bagger dann doch lieber selbst und verschrotten ihn auch selbst. Mal ganz ehrlich, die Versandkosten hätte ja eh keiner zahlen können. Und das war überregional wichtig. Wann kommt der Corona-Impfstoff und wie viel kommt davon? Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass Ende des Jahres die ersten Menschen in Deutschland geimpft werden können. Und das, obwohl da noch zwei große Dinge dazwischen stehen. Zum einen die Europäische Arzneimittelagentur, die muss den Impfstoff zulassen. Da gab es jetzt auch schon Kritik, dass das zu lange dauert. Und heute hat der Pharmakonzern Pfizer gesagt, dass er am Anfang doch nicht so viele Dosen von seinem Impfstoff liefern kann, wie gedacht. Die Lieferketten müssen nämlich erst noch aufgebaut werden. Woanders geht es schneller? In Großbritannien z.B. Da wird ab Dienstag schon geimpft. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Morgen hängen erst mal dichte Wolken über Essen. Die haben Richtung Nachmittag aber zumindest ein paar Lücken. Sonntag geht es mit vielen Wolken weiter, dann aber ohne Lücken, dazu meistens trocken und um die 5 Grad am Wochenende. Und die nächsten Nachrichten bei uns aus Essen gibt es bei Radio Essen wieder morgen früh ab halb 8. Bis dahin wünschen wir euch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio Essen Podcasts findet ihr auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.